Hallo liebe Leute, grüßet uns den Witz des Tages von Nummer 100 Winter. Heute ist der Bundestagwitz. Wenn die Summe weit. Hallo liebe Leute, grüßet uns den Witz des Tages. Wie war es jeden Tag? Heute ist der Bundestagwitz. Und zwar ist der von Markus Kiesling und der hat mir jetzt zwar Facebook geschickt, könnt ihr auch. Der Bundestagwitz ist ja jetzt so. Was ist der Unterschied zwischen dem Bundestag und dem Theater? Im Theater werden die guten Schauspieler schlecht bezahlt. Was ist der Unterschied zwischen dem Bundestag und dem Theater? Im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Eine Erklärung. Im Bundestag sind Schauspieler und im Bundestag sind auch Schauspieler. Die tun alle nur so als ob und machen nichts. Und die kriegen da, die Abgeordneten kriegen da 6.000, 8.000 Euro im Monat. Und ein guter Schauspieler, den Markt am Hungertuch. Wir sehen, was jetzt unten steht zwischen dem Bundestag und dem Theater. Im Theater werden die Schauspieler schlecht bezahlt. Ok. Ok. Ciao. Ciao. Amin. Amin.